Bitcoin-Solo-Miner knackt den Jackpot. Ein Solo-Miner hat 180.000 US-Dollar gewonnen. Die Wahrscheinlichkeit dafür war extrem gering. Am 10. September fand er einen Block, in dem knapp 6.000 Transaktionen enthalten waren. Der Miner erhielt als Belohnung rund 3,2 BTC, was etwa 180.000 US-Dollar entspricht. Dieser Glückspilz ist Mitglied des CK-Pools, der die Hashrate kleiner Miner bündelt und Belohnungen ausschüttet. Vor zwei Wochen geriet derselbe Pool in die Schlagzeilen, als ein weiterer Solo-Miner einen Block fand. Die Chancen, als Solo-Miner einen Block zu finden, sind sehr gering. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.